Hallo, ihr seht mich heute mal nicht. Ich möchte euch nämlich noch unseren Kinderwagen zeigen. Ja, und so sieht das gute Stück von der Seite aus. Das ist ein Hartzahn-Kinderwagen und zwar ist das der Racer GT. Das steht jetzt auch da schon mal dran. Und dann fange ich auch gleich mal hier unten an, wenn ich einmal hier bin. Und zwar haben wir nämlich vorne zwei Schwenkräder an unserem Wagen, was in der Stadt super mega praktisch ist. Und hinten die zwei sind fest. Dann ist hier unten auch noch ein ganz großes Körbchen, wo viel Platz für Krimskrams ist. Zum Beispiel eine Spuckwinde, Klamotten oder was auch immer. Trinken, Essen, was man halt so alles mitnehmen muss. Da unten haben wir sonst bei schlechteren Wetter immer noch unsere Regenplane dabei, die wir dann, die wir auch zum Wagen dazubekommen haben. Ja. Hier oben ist wie bei... Ach, übrigens ist Emil da drin. Und der ist gerade so eingeschlafen. Und deswegen ist es kein Problem, wenn ich ihn weiter filme. Ja. Der Wagen ist halt in einem dunklen Blau und Weiß gehalten. Das Weiß hier oben dran, das ist wie so eine Art Leder. Deswegen kann man das auch super sauber machen. Wir haben den Wagen mit Soft-Tragetasche, wie ihr hier sehen könnt. Die kann man einmal komplett aufklappen und mit einem Reißvorschluss zumachen. Innen drin haben wir dieses schöne karierte Muster. Und ja, in unserer Soft-Tragetasche liegt immer noch ein Handtuch und ein Spucktuch drin, das Emil nicht einfach so auf der Tragetasche liegt. Ja. Das hier ist sehr, sehr praktisch. Das kann man auch noch hochklappen. Dann sind hier so diese zwei Schlaufen und dann kann man die durchstecken. Und zum Beispiel ist das super, wenn es windig ist oder wenn man in Geschäften unterwegs ist und der Kleine schläft, dann blendet ihnen das Licht nicht immer und also dann wird es nicht immer hell und dunkel. Ja. Auf der Tasche ist hier noch ein kleiner Reißverschluss. Und da drin haben wir nur ein paar Kekse. Da ist auch noch das Headset vom Handy. Außerdem ist da noch ein älterer Schnuller drin, den wir nicht mehr brauchen. Und einen Löffel. Den haben wir einfach mit, wenn es unterwegs mal drei gibt. Und wir haben aber kein Löffel dabei. In der Tasche ist an sich sehr viel Platz, um sämtlichen Krimskrams reinzutun. So. Ja. Dann haben wir hier oben noch ein Mobile dran. Damit beschäftigt er sich in letzter Zeit sehr, sehr gern. Dieses ganze Verdeck kann man ganz einfach nach hinten klappen und dann ist der Wagen offen. So. An dem Verdeck haben wir hier so eine Luke. Die kann man aufmachen und hier hinten auch mit dem Klettverschluss so festkletten. Dann sieht das Ganze so aus. Ja. Dann haben wir hier hinten auch noch eine ganz, ganz große Tasche dran. In der Tasche haben wir einen Sonnensegel drin. Dann haben wir da noch ein Buch. Ein Spielbuch von Emil. Da ist noch eine Jacke drin und ein Beißring und eine Mütze. Also das ist eine mega große Tasche. Dann haben wir da noch Sonnencreme drin und Tic Tacs. Ja. Also wirklich viel, viel Platz für alles Mögliche. Ich stopfe das jetzt mal wieder da rein. So. Nicht so schön, aber selten. Ja. Hier allerseits ist auch noch eine kleine Tasche. Da haben wir mal Taschentücher drin. So. Das ganze Verdeck kann man, glaube ich, auch abmachen, oder? Man kann insgesamt auch das ganze Verdeck abklappen, weil man den, also das geht dann hier unten ab und weil man den Wagen nämlich dann später auch zum Sportwagen umbauen kann. Ja. Wir haben hier am Wagen auch eine Handbremse dran. Das ist sehr, sehr praktisch, weil wir in einer Stadt wohnen, wo sehr viele Berge sind. Und da braucht man sich nicht so dagegen lehnen und kann einfach hier so das drücken und dann ist es halt einfach wie eine Handbremse. Die zweite Bremse ist unten, die Feststellbremse. Die ist jetzt angezogen. Die kann man auch, also die kann man halt einfach so betätigen, wenn man den Wagen nicht mehr, wenn man den Wagen nicht mehr schieben möchte. Unsere Schwenkräder kann man auch ganz, ganz einfach hier feststellen und dann sind es halt keine Schwenkräder mehr, sondern dann sind sie fest. Ja. Man kann auch die komplette Tragetasche aus dem Kinderwagen rausnehmen und wie das aussieht, zeige ich euch dann mal gleich. Und man kann den Kinderwagen auch sehr, sehr klein zusammenklappen und außerdem noch den kompletten Aufsatz, also alles, was jetzt hier so blau und weiß ist, kann man auch noch abnehmen und getrennt transportieren. Weil dann haben wir nämlich noch den Adapter dran für den Maxi-Cosi. Wie das alles aussieht, das zeige ich euch dann im Anschluss. So, und das ist dann der Kinderwagen mit Maxi-Cosi-Aufsatz. Das ist super praktisch. Wenn das Kind schläft und man muss aus dem Auto raus, dann braucht man es nicht wecken, weil man es halt nicht rausholen muss. Und es ist auch echt ideal, wenn man nur mal kurz einkaufen fahren will. Oder zum Arzt. Oder zum Arzt, genau. Wenn man beladen ist mit noch einer Tasche und man ist allein. Ja, so ist der Wagen auch um einiges leichter. Ja, und wie gesagt, vor allem wenn das Baby schläft, ist es sehr toll, dass man es nicht wecken muss. Ja, hier sind dann die Aufsätze und da klickt man es einfach drauf. Geht ganz leicht. Und ganz leicht. So. Runterklicken geht auch ganz leicht. So, wir klappen jetzt den Wagen mal zusammen. Lassen dabei jetzt aber mal das Gestell oben drauf. Oder? Ganz einfach. Und tada, schon fast dann den Kofferraum. Ja, im kleinen Kofferraum. Und so sieht das gute Stück dann sozusagen als Sportwagen aus, nur gegen die Fahrtrichtung. Dann kann man das hier hochklappen. Hier sind auch die Anschnallgurte, damit hier auch wirklich kein Baby rausfallen kann. Hier ist dann, naja, dieser, wie heißt das, dieser Griff oder so. Ja. Und hier für zwischen die Beine, damit das Kind auch nicht nach vorne rausrutscht, da haben wir dann, da ist dann hier auch noch so eine Fuß, Fußgrenze. Ja. Und so sieht das dann also aus, wenn das alles hochgeklappt ist. Und das Ganze kann man dann, wie gesagt, noch komplett umklappen. Man klappt einfach diesen Griff nach hinten. Und dann sieht man, also kann das Kind nach vorne rausschauen.